Licht Ich mach Licht, ok? Warte, ich mach Licht Ich stopp's oder was? Warte, mach beides Du machst beides? Ja, warte 3 2 1 Go Du hast das nochmal Ute Waller, ne? Mhm Supercharcher Ute Waller Schweden Starting chart Boah, der geht ab Schweden, die Schweden gehen steil 16 Alles gut Alles gut Die Schweden 1 2 2 3 3 3 4 4 5 2 3 3 4 4 4 5 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 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 7 8 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 7 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 Einfach weiter, bitte. Habt ihr gesehen, dass man als Fahrer den Tourflüsch... Hält an. Weißt du noch, wir haben es einmal gemacht. Aber ich hab so gedacht, wir hatten noch ein Moment lang. Ich wollte im Prinzip etwas holen. Also du hast gestartet, weil der Elektro ist runtergefallen. Von Pempten. Wollt ihr mich holen, hab kurz abgemacht und das Auto gerottet. Ihhh. Eishall, Junge. Wenn du als Fahrer den Kurs arbeitest, dann hat der Eishall stehen. Geht mal für den Autos? Nein, das Fahren geht nicht mal ja unangescheit. Ich hatte mal einen Unfall. Ich hatte mal einen Unfall. Ganz früh. Da war ich schon. Da war ich schon. Da hat sie mir halt. Ja. 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 Da hast du Angst. Da hast du Angst. Also eine Aversion gegen Anschneiden, ne? Ja. Schließlich, Roberto. Marco. Ist wahrscheinlich einer von... ...tausend Umfeld. Das ist wahrscheinlich einer von... Ja, das finde ich. Einer von tausend Umfeld. Ja. Warte. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Aber wo haben wir die Häuser, Europa? Ja, das war voll. Die Setzung hat sich dabei. 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 Das ist auch schon ein bisschen. Ja, ja. Was meint ich an denen? Nein, ich weiß an denen. Bei einem Stach oder der Setzung? Bei Ampere. Bei Ampere kann ich auch. Das war eine Idee allein. Das war eine Idee allein. Ich kann, wenn ihr wollt, dann auch wieder fahren. Und wenn ihr das gleich seid, dann könnt ihr fängt. Dann würde ich gar mal wieder. Ich glaub so. Ich schlafe auf zwei Längs. Aber ich kann nicht fahren. Das sieht nicht aus. Wenn ihr von allein gefahren, oder was? Ja. Ja. Die Setzung wird's nicht geben. Hüt mir. Junge, dir kann keiner sagen, dass Skandinavien Sommerurlaub Spaß macht. Kann mich keiner von überzeugen. Von diesem Blödsinn hier. Hab immer schon gesagt, Skandinavien, da bringen mich keine zehn Pferde. Diese Fahrt hat mir absolut bestätigt, dass hier ist Feierabend. Guck mal, kaum ist es so kalt. Leiden 118... David... David, guck mal, kaum ist es so kalt... Ah ne, okay, er geht runter. 116. Was denn? Junge, haben wir wieder Dampf, das in den Dingen. Unglaublich. Alter, das sieht sicher aus. Das ist Popcorn. Was ist denn das? Ne, das ist doch kein Popcorn. Ne, das ist doch kein Popcorn. Guck mal. Warte. Ihr habt doch mit den ganzen Fingern da rumgelegt. Ich mach mal nicht über. Warte. Still charging with 114kW. Okay, Roberto. Mhm. Drei, zwei, eins. Aus. 914.03. There we go. There we go.